Ich hab mich noch gewonnen, damit ich hier auf TOL vorhalte. Hab ich doch gesagt. Ne. Boah, Alter. Wir haben Zeit für einen Helikopter, Alter. Da fährt doch ein Auto. Bleib stehen, bleib stehen. Wo? Da, vor uns. Fett'n Auto. Ganz schnell raus und... Abschießen. Schieß auf die Reifen oder auf den Fahrer. Ich steig aus. Okay, ich bin jetzt gleich drin. Ich bin drin gleich. Ich hab die ganze Zeit gecampt hier. Wo ist das? Hast du immer versucht zu verbinden oder immer refresh gemacht? Also ich hab bei den Favorit-Zimmern abwechselnd immer zwischen zwei halt refresh und drei. Heißt, wir überfahren uns gleich? Ja, wenn wir zu oft am selben refreshen, dann versucht der Automatisch zu verbinden. Wow. Dann irgendwann hab ich jetzt die ganze Zeit gemacht und dann kam auf einmal 43. Also ich kann schon öfters überdrehen. Jo, ich hab ihn getroffen. Jo, er steht. Boah. Einer. Wir wissen auch nicht, ob der das ist, ne? Da ist ein aufgestiegen. Der liegt dahinter. Aber bitte nicht auf die Reifen schießen. Da ist einer gerade umgefallen. Na, nenn, 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 nenn. Skop da mal hin. Ich lauf dahin. Bankari ist tot. Ja, dann war es wohl der, aber der hat aber auch gespielt. Schießt ihr da auch? Ja, ja. Ich lauf da jetzt hin, also aufpassen. Einer liegt da tot, der hat einen L-Effekt drauf. Okay, den snack ich mir, schau mal. Oh, ich muss mal meine Waffe wechseln, weil ich hab keine Modus Ton mehr hierbei. Oh, ey. Ich glaub, die sind weg. Ja, die sind glaub ich tot. Da ist keiner mehr drin. Oh, ich bin Bandit. Was haben die für ein Auto? Was haben die für ein Auto? ORZ. Oh, nice. Komm rein. Achso, ich fahr jetzt mit dem Auto dahin. Ich bin wahrscheinlich nicht unbedingt viel langsamer. So, guck ob... Bankari ist bei den über uns, bei AHVH Leuten. Bankari was killed bei Groosti. Ne, das war aber dann nicht Bankari. Ja. Bankirai. Bankirai. So, da liegt jetzt ne M14 Aim. Die könnt ihr euch noch nehmen. Find Fall, hier ist ne Fall drin. Die nehm ich mir. Wie sieht das Fahrzeug aus? Fuck, alles im Auto. Die M4... Die M14... Die M14... Die könnten wir da auch noch reintun. Ey, alles ruin. Ja, nice. Ja, aber ich glaub das war dann... Respawn-Trick. War das Jeffrey vielleicht? Keine Ahnung. Scheiß egal, wer es war. Pech gehabt. Jo. Sehr nice. Gut, wie viele Leute passen da rein? Egal, ihr habt ja zwei Autos, oder? Das ist das Fahrzeug mit sieben Plätzen, oder? Hä, haben die Templars genutzt oder was? Ja. Ne. Oder? Der hat ganz von uns. Ja, hat der. Die haben ein bisschen Essen und trinken alles rein in das Auto. Aber das waren nicht die Typen vom Airfield, oder? Du müsst da aufpassen. Das waren die nicht. Ne. Das war ein anderer. Du? Du hast doch mal ein Fahrrad, ne? Also du bist mir heute. Er hat den denn jetzt eigentlich gekillt? Das weiß ich nicht. Ich, ich eigentlich. Ich bin zu Bandit geworden. Ja, okay. Dann hast du ihn. Er kriegt ja auch Bandit-Punkte, wenn er... Warte, wie hieß der denn jetzt? Das Name was... Hä? Aber unten stand, dass er von Ghost getötet wurde. Ja, das spinnt anscheinend. Wo sich auch von Citanic gestern getötet. Hat einer die DMR-Magazine da reingetan? Ins Auto. Ich hab die mir rausgenommen. Achso, brauchst du die? Ja, ich brauch die. Achso, ja. Schreib mal, dass die Kill-Anzeige nicht richtig funktioniert anscheinend. Ja. Ich denke, lass nämlich mit, das ist richtig. Das zu Essen können die auch noch mitnehmen. Schreib mal, dass die Kill-Anzeige nicht funktioniert oder so. Ja. Oder, keine Ahnung, sagst du es darf ich. Oder eine zweite Person hat noch drauf geschossen. Nee, ich hab den Bandit bekommen. So, wird geheilt jetzt. Ja, okay stimmt. Sonst hättest du ihn nicht bekommen, ne? Essen und trinken. Scrap Metal. Antibiotika, okay, dass wir ihn hier nicht so brauchen. Sauber, Leute. Bergfriedl wird rausgeschmissen, der hat einen anderen Namen. Hm, was? Warte mal. So. Der hier, im TS. Äh, wir schassen, wir fahren aber am besten mit beiden Autos, oder? Wurde immer verstanden, dass eine wenigstens... Ich hab beide. Äh. Die Leiche hast du aber noch nicht geheilt, ne? Ja, das hat irgendwie gebaggt. Äh, gebaggt. Ah, ich will auf den Server. Hoffentlich ist das Connected-Type jetzt. So. Wollt ihr mich verarschen? Mein Fahrrad wurde geklaut. Hast du euch nicht gesaved? Ich hab's gesaved. Ich hab's gesaved. Hm. Es war so klar, dass du mit dem ORZ fahren musst, der Tani, ne? Ja, ORZ ist geiler. So, äh, wir holen euch jetzt ab, oder? Ja, könnt ihr doch mich abholen, ich bin hier... Komm nördlich. Beim ORAL spawnen. Ja, Tani, fahr du, ich hab keine Map. Na gut, ORAL spawnen, find ich. Genau, komm, wir holen jetzt erstmal Dings ab. Da könnt ihr mir fallen, ich weiß, wo der ist. Ja, komm! Fahrt, Tani. Ja und, sonst ist Rain. Kann mich auch jemand mit abholen? Ja, wir holen jetzt erstmal... Oder wir müssen ja nicht beide gleich einen Weg... Ähm, fahrt ihr von Mogilevka ein bisschen in Richtung Elektro? Ja, wir sind ja auch in Starry, Alter. Wir sind ja auch in Starry, das ist Starry, Freundchen. Du fährst, oder soll ich? Achso, weil, 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 weil... Tani gesagt hattet, ihr seid in Mogilevka. Ja, wir sind in Mogilevka. Fahr bitte ganz schnell, Juri. Alter, du fährst hier bei uns über... Wir fahren mit zwei Autos. Achso, okay, dann... Wir haben zwei Fahrzeuge. Dann könnt ihr so ein bisschen in Richtung Elektro fahren auf der Hauptstraße. Ja, ja. Okay, machen wir mal. Konzentrier dich jetzt auf die Straße. Ja, ganz nice. Ja, natürlich, ich konzentrier mich auch auf die Straße. Welches Auto habt ihr denn? ORZ. ORZ. ORZ habt ihr... Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich spawne. Loading. Start schneller, Mann. Ich bin auch grad voll gegen den Rand gefahren. Ja, einfach auf... durch. Ich bin jetzt grad durch, auf die Hauptstraße dann. Ich bin direkt nach Anikon. So, jetzt kann ich dir nichts sagen, wo ich bin, Tani. Ja. Und diesmal merkst du dir auch, ne? Ach, die Schrifte, die Schrifter. Ja, später. Wo war ich denn immer? Man fliegt auf der Straße. Und jetzt sag... Jetzt sag nicht Schernerwurst, Alter. Und das soll Nietzsche? So, ich bin drin, ne? Und... Ich bin in... Oh, ja. Nein. Es steht da noch nicht. Hier steht... Schernerwurst. Und da steht irgendwas mit... A, D, Z, D, O, warte. Dino... Nadezino. 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 Das ist jetzt sehr entnäher eigentlich. Über Schernerwurst. Ja, wir werden ja im Rögelver sind. Du bist von Elektro nach Nadezino gelaufen. Ich hab ja... Respekt! Hab ja gesagt, ich bin nordwestlich gelaufen. Warum steckst du auf? Aber holt mich erst mal kurz an, ne? Weil das geht fast so stark. What? Ja, und mich dann auch. Was hat dir das jetzt gebracht, mich zu töten? Wir werden erst voll schnell fahren und hier nach Stark gehen. Mal und dann mich töten. Das waren wahrscheinlich die Leute oder diese Zombies. Die Leute von denen die Zombies waren gerade. Leute, in Elektro sind ja die Zelte. Ja, aber da ist nichts drin. Außer Medik-Zelt. Außer in den Medik-Zelt ist was drin. Da ist was drin in den Medik-Zelt. Da ist was drin in den Medik-Zelt. Er hat gerade was über die Strasse bewuscht. Ja, er hat es jetzt schon. Don't flame. Ah, hab ich gewusst. Die sind überleicht. Ist mal ein Snickers. Ey, der ist ein Snickers. Ey, warte mal, Domi. Wo bist du jetzt genau? Nadezino. Ich hab keine Ahnung gerade, wo das ist. Marvin, kannst du mich da irgendwie hinführen? Erkfried, bist du schon auf dem Weg? Ja, ich will das. Müsst es uns gleich hören. Ja. Ach, da ist Nadezino. Äh, das ist... Das ist die Hauptstraße, die du bei Elektro hochfährst. Ist das nur auf der Straße? Also wenn du Cerno hochfährst, die Bad-Hauptstraße. Äh, welche Straße fahren wir hier gerade lang, Marvin? Ja, wir fahren nach Elektro, oder? Scheiße, Alter. Ich hab so lange nicht mehr gespielt, ne? Ich kenn das gar nicht mehr. Cernovus, ja. Ja. Aber du bist sehr weit. Wir fahren... Wir fahren jetzt echt durch Mogilefka durch. Ja, ich... Äh, Mogilefka? Warte mal. Mogilefka ist... Nein, er ist ja über Nadezino. Er ist bei Nadezino. Nadezino ist nicht von mir. Es ist nicht von mir. Mogilefka ist nicht weit weg. Ist dann halt eine Verbindung zwischen Mogilefka und Nadezino? Ja, ja, halt, 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 halt. Was macht ihr denn? Äh, ich weiß nicht, da ist... Nee, da ist... Ich weiß nicht, wie die Verrückten hier lang, Alter. So, wo geht's dann? So, wo geht's dann? So, wo kannst du erstmal ne Waffe holen? Ich stell das Auto jetzt hier ab und steigst nicht aus, weil Zombies hier sind. Sagst du mir Bescheid. Okay, was machst du? Ich guck jetzt selber auf die Map, weil dann habe ich... Ich weiß nämlich, wo wir sind und dann hab ich mehr Sicherheit. Ja, aber ich schläg die N-Field. Ähm... Ja. Ich hoffe, wir können... Mogilefka, das sind wir und du bist... Boah, Alter, der Typ mit der die N-Field. So, also, ähm... Wo seid ihr? Der kann uns nichts. Wollen wir umdrehen? Ich fahre jetzt nach Nadezino. Nee. Alter, wir steigen aus, wir steigen aus, wir steigen aus. Boah, die kaputt. Los, Datani. Hält hier. Ich bleib drin. Ja, okay, bleib drin. Und wir snacken den uns. Ich geh, ich geh rechts, ich geh rechts. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Ja, ich lauf den daher. Ich lenk den mal ein bisschen ab. Wir kommen jetzt zu dir. Seid ihr Mogilefka oder was? Weil das kann sein... Ja, wir kommen jetzt zu dir hin. Das sind wahrscheinlich die Leute, die da, äh... Wir eben... Und wo kam denn der Schuss aus? Ist da ein Schwarzer? Ein Schwarzer. Aus dem Wald. Lach doch nicht, man. Da, wo wir gerade drin sind, oder was? War da ein Schwarzer mit einem, äh... Ich weiß nicht, ob das eine, äh... Winchester war oder so? Ey, warte, wir holen dich jetzt ab, ähm... So, mich hier, hier. So, mich hier, hier. Die beschießt. Und, ähm... Die holen jetzt, äh, Plexi und Incsab. Wo ist der? Das sind drei Leute. Wo? Drei Leute. Da schießt jemand. Schießt jemand. Vier Stück. Vier Stück. Alter, haut ab dort, Alter. Ich hab keine Bock, dass ihr jetzt abkratzt. Ich bin einig. Wie ist... Ja, er ist tot. Ja, okay, dann haut dort ab, Alter. Wo seid ihr denn? Bist ihr wieder zurückgefahren, oder was? Er hat das Auto, Neu, Rosa. Ja, Deo hat das Auto doch. Was? Deo hat das Auto? Fail. Ja, ich hab die rote Kette, war auf einmal weg. Und du warst wahrscheinlich in Combat, ne? Ja, rote Kette. Mein Auto ist auf der Stelle gefahren. Zartoni, wo bist du? Ah, du bist aus dem Spiel rausgeflogen. Du wurdest also nicht getötet. Ja, seh dich, seh dich. Rennst du gerade? Doch. Nein, da wurde ich getötet. Geh lieber mal in Deck und geh. Die sind genau vor uns hier vor. Ja, was ist denn jetzt mit dem Auto? Ja, aber die werden wahrscheinlich da sein. Ja, hol dir das Auto. Ja, Bergfriede. Vier Stück. Nämlich so schnell wie möglich an das Auto ran, weil die da ehren wollen. Genau hier hoch. Wie kommst du dann? Dann steckst du die einfach weg. Wo sind die? Wo sind die, Jorin? Ja, ne, wir kommen jetzt auf eines nach Nadezino hoch. Ja, wo sind die? Da sind die ja nicht. Die sind auf der Straße. Aber da sind das Leute, da sind Leute langgelaufen. Zwei. Einer davon war schwarz. Mit ner, ich weiß nicht. Fünf Leute an Winchester oder so. Fünf, das wären doch immer mehr. Ja, hast du gesoffen oder so? Wahrscheinlich gegen dem Style, Leute. Was killed bei Satani? Satani, du alter. Ja, das hatten wir doch schon mal. Nein, das war Dago. Warum immer mit Satani? Nein, oben. Dago. Wo waren die denn jetzt genau? Ja, einfach ein bisschen weit im Wald rechts. Oh, da bin ich genau. So, wo bist du jetzt? Hier, hörst du mich schon? Nö. Hey, Auto, Oceano. Kannst du mich bitte mitnehmen? Nö. Äh, wo seid ihr hier? Oh, wir sind jetzt sofort da. Ich bin im Wald hin, das ist das Raum. Und ich bin relativ nah an der Straße unten. Oh, ich werde angeschossen. Ich werde angeschossen. Ich werde angeschossen. Oh mein Gott, ich werde angeschossen. Hilfe. Ich werde angeschossen. Hilfe! Das ist der von den Mongos, oder? Das war Klauen. Du steigst da jetzt ein. Sofort! Schießt da sofort ein! Sofort! Marvin. Wo? Da schießt er mit ner Schallgedämpfe von uns. der Alta wo war mit der Vorhinein und der Drittel er schießt aber ein umgehauen und der Bühr bei diesem Ziel alter weil sich das so aus dem Gebetschritt dort ist noch ein anderer Beine gekämpft die Welt wird gut gut niemand ist die nächste hier wirklich nur komisch ich bin ein schwarzer mit einem Kampi 70 wo genau ich werde ich dann auch auf der Straße der ist gerade gefahren irgendwas ist weggefahren hier ist noch ein Ohr ich bin angepackt Kiesel in einen Szenen damit umgekehrt sich ist ja auch wieder ja warte alle ich bin auch hoch doch was tot den Riesel und weiteres nicht die Wanderkarten eine Leiche am Ende das war uns schon so gut dass man es nicht mehr von sich ja ja wir haben gerade zwei haben wir müssen das war ich was wir jetzt auf der Bälle neun im Kurs ja auch so ist es nicht mehr wird es ein Bildschmeißel reichworten das mit ich habe es auch wenn ja auch so recht nämlich Halt mal die Leichen, wenn wir heiden. Alter, ich muss erst mal was machen. Ich nehme den Wecklick. Tataoni, mach mal ganz schnell ECO. Ja, ich lieg am Boden. Seid mal ruhig, seid mal ruhig. Ah, das ist unser Fahrzeug hier. Schießt du da? Boah. Ja. Oh, die Zombies lecken. Einer down, einer down. Ähm, ich sehe wirklich nur alle tot. Bist du tot? Nein, was ist das denn für ein Bug, Alter? Ich nicht. Ich lebe noch. Bist du unten in der Scheune drin? Äh, nee, was ist das denn? Also, wenn es geht. Oh, Mann ey, das nervt. Ich bin außerhalb von der Scheune. Ein Straßenrug. Komm, komm auf die Straße hoch. Komm, 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 komm auf die Straße. Komm, komm, komm. Oh, ist die, wo ist die? Ich sehe hier wirklich nichts. Warum bist du ein Pick-up gekommen? Ja, geh mal, kannst du bitte aussehen? Ich muss sein, was ist ein Pick-up drin? Keine Ahnung. Die großen Blatt, weg, bleib, scheiß. Ey, glaub ich, ja, und meine ich nicht so. Ich bin im Wald und so mir hier gerade auf die beiden Leichen, die da jetzt sind. und so alles von mir wieder mit mir ab 0 Elf die Kette ich habe geschaffen in drei Jahren er warte ich gut der Wissen von die Gespräche und in der Scheune ich bin ja ich hab hat Schüsse gehört ich bin ja ich komme hoch und muss den Bekloppen Strafe welchen wir sind so wie war das auch scheiße werden ich blute immer noch weiter dass das einmal aber dann war der Weg und die Runde ja man kann uns leckten wir können aber auch wenn er in der Welt geht man auch nicht Eko er wird weil wir sind auch noch nicht mehr als wenn du schweiß hält hallo heute noch allerdings kommt nicht nur ein weil ich habe es nicht mehr an mir ja hier oder ich Prozent aber sie nicht nur noch da kann ich selber hier und in Ordnung mein Blutbläger auch schon und man sie ist ja irgendwo ein 8 Wochen ja hier also er hat er kommt noch an der Saison mit die Anzunehmen Prozent auch zwei Leichen Ok, da unten sind zwei, drei. Kannst du die mal loben? Ja, warte, ich hab einen auf das Rad. Hey, du bist doch schon da. Warte, der Zombie ist weg, oder? Warte, 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 warte. Willst du den Pick-up fahren? Weil ich hab keinen Bock. Ich kann jetzt nicht fahren. Also erstens, weil du leckst. Ist jetzt egal, ob du Bock hast oder nicht, Marvin. Was ist der Zombie-Akku? Bleib widerstehen. Das hat ne Bison. Ja, wohl, Bison. Hat der Rucksack, der kann die Dingens nehmen. Ich bräuchte auch an. Ich seh auch nicht was. Ich seh auch nicht wirklich was. Bei mir ist der Wetter andauernd stehen und zielt. Was das? Hä, drückst du mir die Knöpfe? Ich bin jetzt oben an der Leiche bei der Straße. Auch hier liegen die alle. Lass uns so fortfahren. Der hat nur die Bison. Der hat nur die Bison. Die sind schlechter als ein Aukau. Und ne FF, die haben sich aus dem Auto gelegt. Lass die Scheiße dort liegen. Nein, er will die Map haben. Ich will die Map haben. Was machen wir jetzt mit den Autos? Ich hab eigentlich keinen Bock mit dem Pickup zu fahren. Halt die Schnauze, du fährst jetzt diesen scheiß Pickup. Wir können ihn auch kaputt machen. Oder ich fahr den GRZ. Ja, dann fährst du den GRZ und ich fahr den Pickup. Ist mir egal. Wo war jetzt das ganze Gebettel da oben? Nadezino. Der lebt doch noch. Der lebt doch noch. Ja, dann fährst du den ganzen Gebettel. Ja, dann fährst du den ARD Text im Auftrag von Funk